Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir wollten eigentlich zum Uralten und ich wollte eigentlich gucken, wo die Mörlis geblieben sind. Und ja, ich habe es wie immer nicht getan, weil ich einfach nicht dazu gekommen bin. Deswegen werden wir uns jetzt noch ein bisschen Zeit nehmen und hier an der Basis was weitermachen. Aber dann versprochen, bei der nächsten Folge geht es definitiv zum Uralten. Es tut mir leid. Ich habe es nicht geschafft, Mörlis zu suchen, aber ich glaube, wir haben die sowieso alle verballert. Und deswegen ist das halt erst mal so. Wir legen uns mal ganz fix schlafen. Hätte ich eigentlich auch schon Voraufnahme machen können. Tut mir leid. Aber ab und zu muss man sich halt auch mal ausruhen und das könnt ihr euch auch angucken. So, dann haben wir das. Jetzt geht es pennen. Und dann gucken wir mal. Ich würde eigentlich ganz gerne den Boden noch ein bisschen ebnen. So nach hinten raus zur Basis. Damit wir ein bisschen Platz schaffen, denn wir wollen ja zeitnah mal noch ein richtiges Hauptgebäude bauen. Weil das hier so als Hauptgebäude ist irgendwie ein bisschen doof. Soll ja eher eine Werft sein, beziehungsweise auch Lager. Dann gucken wir mal, was wir oben noch machen. Deswegen gehen wir jetzt erst mal hier hinter. So, wie sieht es denn aus? Wir haben das, das, das. Dann sieht es ausdauertechnisch, naja, könnte besser sein. Aber wir haben halt gerade keine Mörlisuppe. Und zwar eigentlich so ein Stückchen nach hier raus, dass wir das noch ein bisschen eine ebnen. Das wäre halt eigentlich ganz cool. Wird wieder ein bisschen langweilig. Es tut mir leid. Wer gar keinen Bock drauf hat, sich das hier anzugucken, dann einfach nächste Folge wieder einschalten. Aber es muss halt auch manchmal sein. Und jetzt nochmal den Sumpf zu rennen bringt nichts, weil das schaffen wir in einer Folge sowieso nicht. Das zieht sich ja meistens über zwei Folgen. Und zum uralten jetzt reisen ohne Mörlisuppe ist auch nicht wirklich ideal. Also müssen wir uns hier noch ein bisschen die Zeit vertreiben, bis die Mörlchen da vorne gewachsen sind. Deswegen kümmern wir uns mal hier rum. Wir machen den Boden ein bisschen gerade. Aber es geht, ne. Wir verbrauchen echt nicht so viel Ausdauer und unsere Regeneration ist relativ gut. Deswegen ist es eigentlich soweit ganz in Ordnung. Wir machen uns jetzt hier ein bisschen Platz nach hinten, dass das gerade wird. Dann können wir den Zaun erweitern. Und dann kommt halt hier nochmal so ein Hauptgebäude hin. Und dann soll es das mit der Basis auch erstmal gewesen sein. Früher oder später werden wir bestimmt noch irgendwas Schönes bauen. Aber so aktuell reicht das eigentlich vollkommen. Dann können wir nämlich auch endlich mal ein bisschen mit Stein bauen und ein bisschen größer. Und da werden wir dann den Gemütlichkeitsfaktor ins Unendliche treiben. Ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube 24 Minuten ist das höchste. Aber ich will auch nicht lügen, aber irgendwas in die, ich sag mal zwischen 22 und 25 Minuten waren es glaube ich. Was aktuell das höchste an Gemütlichkeitsfaktor ist. Wir haben noch nicht alles dafür freigeschalten, aber das machen wir noch. Und wieder schönes Wetter. Wir haben echt Glück, ne. Das ist jetzt die, weiß ich nicht, dritte, vierte, fünfte Folge. Wo das Wetter mit uns ist. Hat eigentlich auch hier gleich noch einen Vorteil. Und zwar sammeln wir genügend Stein. Was wir halt so oder so dann brauchen. Ich will so die ersten paar Meter unbedingt mit Stein machen und dann oben drauf Holz. So zumindest erstmal der Plan. Ja, dann können wir halt auch einfach ein Stückchen höher bauen und alles wird besser. So, aber es geht ja eigentlich ganz fix voran. Hätte schlimmer sein können. Sagen wir es mal so. Ich freue mich sehr auf das Hauptgebäude. Dann können wir nämlich hier drüben wirklich alles komplett umswitchen, dass da kein Bett mehr und so drin steht. Und wir auch nicht jedes Mal erst eine Etage hochlaufen müssen. Auch wenn die Aussicht schön ist am Morgen. Auf unser Boot und das Wasser. Beziehungsweise das Meer. Aber irgendwie ist das halt auch so nichts Halbes, nichts Ganzes. So, wir müssen mal gucken. Wir werden immer höher, ne. Aber es geht aktuell noch. Wie sieht es denn ausgewichtstechnisch? Müssen wir gleich wieder mal zurück. Begradigen machen wir das dann später noch. Hauptsache hier ist erstmal ein bisschen Platz. Ich meine, wir müssen es nicht übertreiben, aber so ein kleines Stückchen muss schon noch. Wir haben halt hier echt mies hohe hohe Felsen drin. Es sah erst gar nicht so aus, wo wir wo ich gesagt habe, wir machen hier eine Basis. Also eigentlich ist es ja auch einigermaßen gerade. Ich glaube, sehr viel gerade kriegt man es in dem Spiel einfach auch nicht vorgelegt. Ein theoretisch könnten wir mit dem Steinmetz auch geraden Boden bauen. Also halt einfach in die Höhe bauen. Dann wird es halt wirklich perfekt gerade. Aber einerseits frisst das ohne Ende Stein. Und mittlerweile habe ich mich auch damit abgefunden, dass es halt nicht perfekt gerade ist. Muss es aber auch nicht sein. Ich meine, wir leben hier gefühlt im Mittelalter. Oder noch eher. Und deswegen ist das auch nicht schlimm, wenn wir mal ein paar Unebenheiten im Boden haben. Und im Gesicht natürlich auch. Bei Clara Siel gab es zu der Zeit noch nicht. So, wie sieht es denn aus? Ja, fehlt noch ein ganzes Stückchen. Wird doch noch ein bisschen mehr. Naja. Wie sieht es denn gewichtstechnisch aus? 281. Ja, so viel Stein kommt da gar nicht bei rum. Teilweise kriegen wir gar keins. Dann mal wieder zwei. Wieder gar keins. Wieder gar keins. Wieder gar keins. Und die Spitzhacke ist auch gleich kaputt. Ich weiß gar nicht, ob wir die noch upgraden können, aber ich glaube, die war auf dem höchsten Level. Können wir aber gleich mal schauen, wenn wir wieder rein müssen. Achso, da war es kaputt. Hier liegen noch ein paar Steine rum. Kriegen wir die noch weg? Ja. Naja, 293. Hat es doch ganz gut gepasst eigentlich. So, ich werfe uns hier gleich mal ein paar Steinhaufen hin. Hä? Wir haben nur 44 Steine gesammelt. Ach du Scheiße. Wir hatten einfach noch so viel Holz einstecken. Ach, schaut mal. Wir haben hier drüben auch noch Holz. Ich packe das jetzt einfach mal davor, auch wenn es nicht schön aussieht. Aber ich werde das Gefühl auch einfach nicht los, dass wir bald überfallen werden. Irgendwie ist hier schon zu lange Ruhe. Ich habe da echt ein bisschen Angst davor. Es ist halt doch immer ganz schön heftig. Hängt denn hier? Ist das abgefallen wieder? Ey, ich hänge. Wir hatten doch eigentlich hier schön runtergezogen. Das ist so ein großes. Das gerade. Ich glaube jetzt. Und dann schnell das kleine drunter. Dann solltest du doch eigentlich halten. Warum? Das kleine fällt ab. Das macht ja gar keinen Sinn. Irgendwie steht es nicht auf dem Boden. Es wird grün, gelb, rot. Fällt ab. Und dann fällt das ab. Aber es muss doch auf dem Boden stehen. Ne, das reicht nicht ganz. Na super. Kriegen wir das hier drunter. Irgendwie, dass es schön aussieht. So. Ja. Ist okay, ne? Hält so zumindest. So, dann lasst uns mal ganz schnell noch das Holz wegpacken. Ach, der Boden gefällt mir echt gut. Muss ich immer wieder sagen. Aber ich bin froh, dass wir das gemacht haben. So, dann hauen wir erstmal fix hier irgendwo das Holz rein. Die restlichen Steine und den ganzen... Hä? Hoch? Die restlichen Steine und den ganzen Quatsch hier auch raus. Hacke ist repariert. Das passt. Dann machen wir noch ein bisschen weiter damit. Und ich wollte gucken, ob wir die Hacke noch verbessern konnten. Upgrade. Und zwar... Was ist denn das? Ist das noch Bronze? Bronze Spitzhacke. Hier. Fünf Bronze, ein Kernholz. Ja, Bronze haben wir hier drüben gar nicht mehr. Ne. Dann lasst uns mal fix in die andere Basis. Seht ihr, das Portal wollte ich noch umdrehen. Mach mal auch gleich noch. Dann wird wenigstens ein bisschen Abwechslung in die Folge kommen. Und nicht nur die ganze Zeit Boden weghacken. Wir haben hier noch Steine. Die können wir auch noch mitnehmen. Die Frage, wollen wir jetzt die Bronze Hacke upgraden? Oder uns lieber früher oder später mal eine Eisenhacke bauen? Wie sieht es denn bronzetechnisch aus? Eigentlich haben wir doch... Wir haben hier eins. Fünf braucht man. Ja, komm. Wir machen das jetzt schnell. Prinzipiell macht die keinen schlechten Job. So, mach mal Bronze. Mach mal Bronze, Digga. Ja, so, haben wir. Dann den Rest wieder hier rein. Fünf Bronze haut hin. So, zur Schmiede. Und war es noch irgendwas? Ein Kernholz. Ich habe es schon wieder vergessen. Ich bin echt schlecht. Oh, unser fermentiertes Zeug müsste fertig sein. Sehr schön, da haben wir Ausdauermed. Können wir uns gleich mal einen reinhauen, wenn wir wieder Boden einebnen gehen. Zehn Minuten haben wir noch Zeit, bis Folgenende ist. So, ich brauche da ein Kernholz. Das haben wir jetzt bestimmt hier wieder nicht. Edelholz. Ach. Teleportieren kann ich mich damit nicht. Das ist immer ein Krampf. An sich ist es ja irgendwie schon richtig, dass man sich nicht damit teleportieren kann, weil dann könnte man halt den ganzen Abbau um einiges beschleunigen. Du hast kein Arrow. Finde ich cool, dass es bis heute nicht gepatcht ist. Äh, was habe ich jetzt gesagt? Kernholz brauchen wir, ne? Äh, Kernholz war wieder dunkler Wald. Da brauche ich da gar nicht hier rausrennen. Mist. Ach, dann müssen wir uns hier nochmal die Truhe packen in die alte Basis, in die neue Basis zurück. Einsacken ihn wieder hierher. Ja, ich muss sagen, mir gefällt die Basis ja auch. Die ist zwar sehr, sehr hügelig, aber für unsere erste Basis eigentlich echt ganz schick geworden. Ja, was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, eigentlich finde ich es ja ganz gut, dass man sich damit nicht teleportieren kann, weil sonst könnte man es sich wirklich zu einfach machen, aber irgendwie nervt es auch ganz schön an. Wenn man halt in der einen Basis alles da hat, in der anderen nicht. Gerade, wo wir nur eine Schmiede hatten, war das doch teilweise ein ganz schöner Krampf. So, was liegt denn hier noch? Die Augen hatte ich hier vergessen. So, sechs Kernholz, dann haut es hin. Wieder zurück. Und wir müssen unbedingt gucken, dass wir den Zaun mal noch verbessern. Dass der irgendwie tiefer ins Wasser geht, irgendwas, aber wir haben ja gesehen, Gegner kommen trotzdem rein. Das ist nicht Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Und dann fangen die halt gar nicht erst an, den Zaun anzukloppen. Und somit ist alles komplett sinnlos. So, Bronzehack auf die zwei. Was bringt es uns? Stechen. 30, 14 bis 23. Und wir haben jetzt 25, 12 bis 19. Naja, dann Attacke. Fräuchten wir nochmal 10 Bronze. Lassen wir aber. Wird mir dann doch ein bisschen zu teuer. Ja, gut, dann passt das. Dann machen wir uns wieder zurück. Dann drehen wir erst mal das Portal um, weil das geht mir richtig auf die Nerven. Wir hatten eine Überlegung, ob man vielleicht auch irgendwann mal noch ein Portalhaus baut, oder ob wir das vielleicht sogar mit in unser Haupthaus integrieren. Dass man halt überall auch so cool mit Schild hier drüben beschriftet, überall so einen kleinen Raum, wo bloß das Portal drin steht, würde bestimmt cool aussehen. Weil irgendwie hier drin, das sieht ganz schön verloren aus. So, dann machen wir hier schnell ein Portal. Wir drehen es rum. Wir lassen es jetzt erstmal hier. Aber vielleicht dann im Haupthaus. Würde ja Sinn machen. Wir haben mittlerweile relativ viele drei Stück und es wird natürlich auch nicht weniger werden. Deswegen könnte man das früher oder später schon mal tun. So, wir sind immer noch ausgeruht. Essenstechnisch wird es langsam ein bisschen mager. Und wir hauen uns jetzt einfach mal so ein Ausdauermed rein. Zwei Minuten Gitter. So, dass wir hier wirklich ordentlich durchklopfen können. Aber die Regeneration reicht trotzdem noch nicht komplett. Bin mir gar nicht sicher, ob die überhaupt schneller ist. Gerade wahrscheinlich schon, sonst würde der Med keinen Sinn machen. Ist aber auch nur geringe Ausdauer. Aber so kommen wir zumindest mal doch ein Stück weiter. Hacke ist voll repariert, also können wir hier komplett ausrasten. Und durchhacken. Bin trotzdem etwas erstaunt, dass so wenig Stein dabei rumspringt. Gerade wenn man sieht, was wir hier für Hügel weghacken, müsste da eigentlich ein bisschen mehr bei rumkommen. Dann ist es doch gar nicht so schlimm, dass wir das noch nicht gemacht haben, als wir Stein benötigten. Als wir Stein benötigt haben für den Boden in unserer Werft. Also langsam wird es doch. Ich hätte gedacht, dass es mehr Arbeit wird. Aber eigentlich kommen wir ganz gut voran. Wie gesagt, früher oder später hätte ich halt ganz gerne wirklich noch Wasser drumherum, weil das ist dann einfach das Sicherste. Dann kann hier kommen, was will, auch Trolle und so weiter. Die bleiben einfach alle schön im Wassergraben hängen. Das werden wir auch früher oder später noch machen. Aber jetzt steht erstmal der Knochenwanst auf der Prioritätsliste, dass wir hier mal ein Stück weiter kommen. Dann haben wir den dritten Boss besiegt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind mittlerweile bei irgendwas im Roundabout 75 Folgen. Ich merke es mir leider immer nicht. Es tut mir leid. Aber irgendwie sowas 75, 76. Und es macht mir immer noch extrem viel Spaß. Also ich habe noch nicht einen einzigen Tag gehabt, wo ich dachte, ich habe die Schnauze voll vom Spiel. Und ich habe so viele Pläne im Kopf, was man alles noch machen will. Es dauert halt alles immer sehr, sehr lange. Aber irgendwie fühlt es sich nicht so krass nach Arbeit an. Es gibt ja so Spiele, wo man dann einfach keinen Bock drauf hat, weil man weiß, jetzt muss man erstmal eine Stunde lang das sammeln, eine Stunde lang das sammeln. Effektiv macht man das zwar in dem Spiel hier auch, aber irgendwie macht es Spaß. Also ich kann nicht erklären, woran es genau liegt. Aber selbst das jetzt hier ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, kein Bock drauf. Oder selbst wenn ich mal Holz sammle. Irgendwie macht es trotzdem Laune. So, wir haben schon ganz schön ein Stück rausgeholt. Gewichtstechnisch geht es noch. Hacker hat noch fast die Hälfte. Wir ziehen jetzt hier einfach noch bis Ende der Folge durch. Fünf Minuten müsst ihr noch aushalten. Und dann müssten ja hoffentlich bald mal die Murleys fertig sein. Ansonsten lasse ich einfach das Spiel mal an. Während ich noch, also, ich lasse es eingeloggt, sagen wir es mal so, dass hier die Zeit ein bisschen vergeht, dass die Murleys fertig werden. Dass wir dann zur nächsten Folge wirklich einsammeln und ab aufs Boot können. Ja, so komplett reicht es noch nicht. Ein bisschen müssen wir noch. Ich habe halt schon vor, dass es etwas größer wird. Gerade jetzt, wo wir mit Stein bauen können, haben wir endlich die Möglichkeit dazu. Also nutzen wir das natürlich auch. Müssen wir mal gucken. Wir werden auf jeden Fall immer höher. Müssen dann irgendwo hier mal wieder anfangen, auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen. Also kriegt man natürlich, obwohl wir kriegen hier auch Stein, dass wir hier mal so einen geraden Weg ziehen, sodass dann auch alles mal wieder ein bisschen runterarbeiten. Ja, sind schon wieder ganz schön hochgekommen. Kommen auch jetzt schon wieder ein Stück höher, glaube ich. Also wird es dann schon. Dann können wir hier noch weiterbauen. Ich mache jetzt erstmal noch ein bisschen die Felsen weg. Das ist irgendwie die schönere Arbeit. Da sieht man sein Ergebnis etwas schneller. Als hier drüben. Ja, es ist trotzdem noch gar nicht mal so viel Platz, was wir geschafft haben. Großes Häuschen reicht es noch nicht so wirklich. Mal schauen. Wenn ich die Zeit finde, dann versuche ich das natürlich auch nochmal weiterzumachen, ohne Aufnahme, dass es nicht ganz so langweilig wird. Aber ich muss halt immer gucken, wie die Zeit ist und es bringt ja auch nichts, wenn dann einen Tag lang keine Folge kommt und ich dafür hier was geschafft habe, dann doch lieber so wie jetzt. Ich hoffe mal, dass die Aufnahme einigermaßen okay klingt, weil es schüttet wie aus Eimern draußen. Es ist wirklich Wahnsinn. Von jetzt auf gleich kam hier auf einmal ein riesen Regenschauer. Ich denke mal, man dürfte es in der Aufnahme nicht hören. Und wenn doch, dann tut es mir leid. Dann hört euch das abends zum Schlafen gehen an. Müsst ihr keine teuren Regengeräusche, DVDs, CDs kaufen. So, wie stehen wir denn? Bei 18,5 Minuten. Wir können mal noch hier kurz eine Minute rumklopfen. Dann bringen wir den Mist noch schnell in die Kisten. Ich wollte eigentlich die Steine noch mitnehmen aus der alten Basis. Habe ich natürlich wieder vergessen. Und dann machen wir erstmal Schluss mit der Folge. Und dann schauen wir mal, wie wir die nächste Folge beginnen. So, reicht. Ab zurück. Aber schaut mal, ist doch dort Zimschung ganz gut Platz geworden. wird safe in 30. Die habe ich noch nie gesehen, die Meldung. Dann können wir effektiv den Zaun auch von hier ein bisschen gerader wieder ziehen. Und dann wird das nämlich doch schon etwas mehr Platz. Perfekt ist es noch nicht. Muss noch ein bisschen was gemacht werden, aber es geht mal in die richtige Richtung. So, haben wir jetzt 50 Steine zusammen. Wir haben 50 Steine zusammen. Packt ihr jetzt einfach mal mit hier hin. Mörlis sehen irgendwie noch gar nicht so fertig aus. Okay, Welt gespeichert. Also war das wirklich ein Hinweis, dass in 30 Sekunden die Welt gespeichert wird? Habe ich noch nie vorher gesehen. Ich weiß nicht, ob ich es jedes Mal überlesen habe. Ich mir aber eigentlich nicht vorstellen kann, so groß wie es da gestellt wird. So, dann machen wir erstmal Schluss mit der Folge. Nächste Folge, hoffentlich Knochenwanst. Zumindest auf dem Weg erstmal dahin. Ich glaube nicht, dass wir es direkt sehen werden. Und jetzt weiß ich wieder, was ich googeln wollte. Wir brauchen ja irgendwas, um den Knochenwanst zu beschwören. Da schaue ich nochmal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen 19 Uhr geht es weiter. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. 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 Vielen Dank.